dü studied dödöd Lass mich in ruhe 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 Okay Herzlich Willkommen zurück Zu Banjo Thui Hi Thui Th-Tui Banjo2 2 Jeje Jeje Jejeje Ja, Profi-Plop-Schuhe. Wow, fuck. Okay, das wollte ich nicht. Die Kamera wollte nicht so, wie ich wollte. Das hat mir auch noch keiner geschafft vor dir, Fabi. Meinst du? Nee, weiß nicht. Ich glaube, es gibt schon jemanden, der da schon runtergefallen ist vor mir. Aber nicht so wie du, hohe und direkt wieder runter. Das glaube ich schon. Nee, nee, nee. Ist auf jeden Fall nichts, was man nachweisen kann. Nein, doch. Wie? Man könnte alle YouTube-Videos dazu schauen. Du hast dir ja nicht gesagt, der Erste, der es auf YouTube geschafft hat. Du hast gesagt, der Erste, der es geschafft hat. Ja, gut. Aber wie willst du sonst nachweisen? Ja, ich sage ja, das ist etwas, was man nicht nachweisen kann. Nicht überall. Du alter Farbeimer. Oh, fuck. Bleib da. Ich wünsche, du könnt die Musik hören. Ich mag die Musik von der Musik her. Das ist aber das einzige nette Indem in der Welt. Wobei, die Verwandlung ist auch noch cool. Stimmt. Und die Geräusche, die Verwandlung macht es auch ziemlich cool. Na gut. Also in real life, in real life mag ich die Verwandlung nicht so gern. Dann ärgst du mich nur. So, hier können wir was sehen. Eben solche Schrauben, wie vorher beschrieben worden, also vorher, im letzten Part beschrieben worden sind. Die wir lösen können. Oder im vorletzten Part sogar schon. Ein Aufzug. Nein. Ich will. Ich will damit fahren. Der ist leider nur. Achso. Ja. Zutritt verweigert. Der Dienstaufzug kann nur von technischem Personal benutzt werden. Wollte ich gerade sagen. Das geht demnächst. Ich weiß. Also das wusstest du? Ja, natürlich wusste ich es. Das Tor, das weiß ist unglaublich. Aber Henni hat den Moment verdorben. Achso. Da ist der Globo, hat man schon gehört. Ja, Fabi, bei dir ist es halt nicht oft, dass du was weißt. Danke. De, 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 de. Die Musik ist toll. Und Henni... Henni kann sie nicht hören, aber die Musik ist toll. Ich kenne die auswendig. Ja, die ist auch nicht schwer auswendig zu kennen. Nee, das stimmt. Die Benjo-Musik überhaupt ist nicht schwer auswendig zu kennen. Aber trotzdem ist es schön. Ja, geben wir ihr doch gleich mal ihr Ding, aber verwandeln tun wir uns noch nicht. Du, hab ihn, Glober! Warte zu mal geben. Ja, okay, wenn es sein muss. Nö, auf keinen Fall. Jo, 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 jo. Und tschüss. Wir geben dir Globo, aber gehen dann wieder. Mhm. Fies, ne? Mhm. Da hast du so ein böses Häuschen, Honighäuschen. Alarm-Einträge im System. Aktiviert die Blech-Droiden. Jetzt kommt das, was Hennys letztes Mal gemeint hat. Genau. Also wenn die Kameras aktiv sind, dann kommt das. Nice. Oh, oh Gott. Da musst du eine Bombe mal gegen schießen, glaube ich. Ja, 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 ja. Oder, nee, warte, ich glaube, das muss ich mit dem Schalter öffnen. Die kam ich nicht kaputt, oder? Ist doch, ähm, nur wenn die offen sind. Ja, mit Goldeiern anscheinend auch, wenn sie zu sind. Mit Goldeiern? Mit Goldfeder meinst du? Äh, äh, Goldeiern. Ja. Goldeier gibt's auch, Fabi. Also so falsch war's gar nicht. War nur fast scheiße. Entschuldigung. Ähm, manche hat gesagt, zwei Kameras, ne? Übrigens. Gibt's hier zwei? Manchmal gibt's auch zwei Kameras. Ich will das nur wegsprengen. Äh, das geht nicht. Also nicht immer, aber manchmal. Das wegspringen? Nein, wenn die offen sind, kannst du nicht wegsprengen. Achso, ich sag, es geht nicht und du sagst, äh, nur manchmal, hä? Nein, mit den Kameras. Also. Fabi. War voll daneben. Voll daneben, äh, gut. Okay, das geht auch. Gehen wir mal kurz da lang. Alter, wer schreibt mir jetzt die ganze Zeit? Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Ich bin's nicht, vielleicht. Wie spielt jemand deine ganzen Tweets auf Twitter? Das kann auch sein. Und du liked sie, so wie du's mal wie immer machst. Ich hasse das. Ja, das ist toll. Ja, total. Das ist voll toll. Oh, ein Ausgang. Das soll leider sagen, Fabi ist sozial, ganz ehrlich. Lasst mich raus aus diesem Irrenhaus. Irrenhaus. Irrenhaus, da wohnen ganz viele Irren. Ich wollte gerade sagen. Ja, Entschuldigung. Das war einfach nur komisch. Vielleicht wurden auch viele seinen. Hi. Hi. Der ruft immer Hi, wenn er einen sieht. Und gibt mir kein Leben, der Arsch. Ich würde sagen doch mal Ei. Ei. Ei, Ei, Captain. Nein, so in Richtung quasi. Aber warum mal Ei sagt, das macht keinen Sinn. Aber na gut. Plop-Schuhe. Ach ja. Schon wieder. Pop-Schuhe. Nein, Profi-Plop-Schuhe heißen die, Fabi. Ach, da muss jemand da unten draufstehen. Kazumi muss alleine hoch, glaube ich. Da muss irgendjemand da unten draufstehen und Kazumi muss alleine hoch. Hm, wer könnte nur unten draufstehen? Ich weiß es nicht. Ich wollte es doch nur spannend machen, Fabi. Das nicht. Das war aber dann irgendwie nicht mehr spannend, als du gesagt hast, Kazumi muss allein. Hä, und jetzt, wenn es ein zweites Mal gibt, da ist es immer Zufall, ob die Gegner was geben oder was? Ja, natürlich. Mit jeder vor Ort ran schreitende Welt wird es, äh, die Chance wird geringer. Ach so. Ja, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist mir beim ersten Mal spielen gar nicht aufgefallen. Das ist kein echter, ja, natürlich nicht. In der ersten Welt geben es definitiv immer eine. In der zweiten Welt ist es ganz, ganz selten. In der dritten Welt ist es ganz selten. Mhm. Und dann immer häufiger. Ich überlege gerade, wo die Tremplatten sind. Warte. Ich, ich finde das raus. Das stimmt da hinten. Nee, da hinten ist, äh, ein Mitarbeiter. Ach so, ja. Aua. Da müsstest du mit Verwandlung hin. Ja, das, das weiß ich sogar, dass ich mit Verwandlung da hin muss, aber ich hab gedacht, hinter dem sind noch. Nee, da ist ein Honigfarben da hinten. Dann sind wahrscheinlich drinnen, aua, Trennplatten. Dieses Ausspuckgeräusch mag ich mal ganz gerne. Ich hör's zwar nicht, aber ich weiß, dass es da ist, also. Ja. Irgendwie so. Ja. Ungefähr. Ja, ja, da waren hier in dem Laum, äh, Laum, in dem Laum links. In dem Laum links. Hm. Da war sogar ein Jinju irgendwo in dem Laum hier, glaub ich. Ja, keine Ahnung, ich bin jetzt nur hier hoch, weil ich schon die Plop-Schuhe anhatte. Ah. Hi. Hm. Haben wir den dritten Move. Move, Slack-Checker. Regist. Yes, Target-Dieb. Wenn das Floor-Mä-Tchen nicht, äh, das Lernen, brauchst du nicht dabei zu sein. Oh. Penchos Reaktionen immer. Ja. Oh. Kazuhis Reaktionen sind viel lütziger. Das ist ja wie bei Breath of the Wild, wenn man die Crocs schlägt. Irgendwie so. Oh. Autsch. Autsch. Also, wenn man die Crocs schlägt oder den Stein auf den Kopf fallen lässt, keine Ahnung. Aua. Das war schlau. Ich hab gedacht, da komm ich noch vorbei. Ich wollte nicht warten. Hätte ich warten sollen. Fabi, du musst ein bisschen mehr entschleunigen hier. Ja, wir kommen ja auch so schnell voran, Henny. Ja. Auch jetzt von der Seite, die hier, nee, warte mal. Das war ein Jinjo, der hier war. Irgendwo. Weil, ich erinnere mich, dass man mit Kazuhi da oben auf diesen Rohren balancieren musste, irgendwie. Kommen wir da auch so hoch? Nein. Nur mit Kazuhi allein. Nur mit Kazuhi alleine, ja. Weil die kann ja nicht klettern. Da sind ja, da sind ja Trennplatten, also muss hier irgendwie hochkommen. Eben. Und ich glaube, jetzt lernt man auch den Move. Warte mal. Ist Banjo alleine, ne? Ja, da ist der Jinjo auch schon. Ja. Jetzt weiß ich, welchen Move man lernt, wenn man hier nicht hinkommt, so. Äh, war der Move für Kazuhi alleine, ne? Ja. Ja, okay, dann weiß ich auch welchen. Ja, dann weißt du auch welchen. Der kann auch noch gut reich sein. Das ist der, den man in der John den Roger Lagune braucht, um die eine Seite zu erreichen. Unter anderem. Ja, zum Beispiel. Wie schnell Kazuhi mit den Plopschuhen einfach allein ist. Ja, ne? Oh, das ist scheiße, dass die Wolke jetzt bei mir hier ist. Und jetzt sind die Plopschuhe natürlich weg. Ja, Fabi. Life's a bitch. Keine Ahnung, warum ich das draufkomme. Aber gut. Ähm, ja. So, Fabi. Mach du mal hier. Ja, 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 ja. Ah, der Fabi, der struggelt hier. Ja, voll gut ausgewichen gerade, hast du's gesehen? Voll angetäuscht. Voll angetäuscht. Voll angetäuscht. Rechts angetäuscht und links vorbeigezogen, ey. So muss das. Ja. Katapult-Capriole. Folgendes werde ich dir geben, den Sprung würde ich noch höher geben. Halt L-T oder R-T und drück A. Was einmal fern ist, ist jetzt ganz nah. Krass. Das ist dann alles. Weggetreten. Ja, okay. Kannst du mir sagen, das hier sind alles Gitter und so, ja? Aber, das hier sind alles Gitter und so, ja? Wie zur Hölle kann ein Plopschuhe sich an einem Gitter festziehen? Weil, das braucht doch eine flache und luftundurchlässige Oberfläche, oder? Ja. Ja, also nur mal rein logisch. Aber Fabi, du musst dir vorstellen, das Model für den Boden ist einfach eine Platte, die einfach nur eine Textur hat, die in der Mitte transparent ist. Ja, aber das Problem an dem... Life is destroyed, Alter. Aber das Problem an der Sache, Henni, ist, im Spiel soll es ja darstellen, als wäre es ein Gitter. Das ist luftdurchlässig. Fabi, das ist es aber nicht. Punkt. Ja, aber... Ist es nicht. Dann ist das ganze Spiel eine Lüge. Okay. The game is a lie. 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 Everything is a lie. Wir hatten einfach denselben dummen Gedanken. The game. The game. Hä, ich hab doch den... Anscheinend kann der Rucksack nicht vor Stürzen schützen. Wenn man den macht, in der Luft. Ich hab' aber gemacht. Du musst aber viel genug machen. Da kommst du nicht alleine hoch. Ich muss, glaub' ich, einen anderen Weg gehen, ne? Weil da muss ja Banjo allein hin, weil da ist die Batterie. Achso. Ja. Dann musst du wohl da hoch wieder. Dann gibt's wohl einen anderen Weg. Ach, hier drüben führt ein Weg rüber. Ja. Macht Sinn. Siehste? So einfach ist es, Fabi. Und der macht es wieder, weißt du... Ja, ein Blatt. Ein Pergament. Wieder mitten im Eingang von außen her. Ja. Pergamentos. Ja, also in dieser Welt, in der nachfolgenden Welt, gibt es richtig viele von diesen Fenstern. Ich glaub, in der letzten Welt gibt's auch einige davon. In der letzten, echt? Ja, da gibt's auch einige von diesen Fenstern, die einfach einen so teasern, weißt du? Die kommen jetzt immer mehr. Gefühlt. Und da denke ich eigentlich, dass sie das in die ersten Welt gar nicht so gemacht haben, ne? Ja. Das ist halt ziemlich gemein, deswegen. Ja, genau in dem Moment, wo ich's nehmen wollte, ey. Jetzt nimm doch. Geht doch. So, und das hier brauchen wir eigentlich nur als Rückweg. Ey, ja, genau, weil ich einen Millimeter daneben falle. Ja. Stört nicht, Fabi. Ähm. Okay. Eigentlich wäre ich tot gewesen, hast du das gesehen? Ja, hab ich, aber das Lustige ist, probier's das bitte nicht aus, ne? Nein. Aber ich glaube, wenn man ganz am Rand von Plattformen entlangläuft, kann man auch nicht gefressen werden. Echt? Okay. Ja. Also, zumindest draußen ist es so, im Sumpf. Lustigerweise. Ich verstehe auch nicht, warum es so ist, aber es ist so. Okay. Vielleicht ein Programmierfehler oder es ist wie bei Wasser, da ist es nicht tief genug. Kann auch sein, ja. Warum kann ich in dem schlafen, wenn was drin ist? Ja gut, die Batterie muss halt in irgendeiner Öffnung dann, ne? Die ist ein bisschen groß, dafür, dass sie da noch in der Öffnung passt. Ja, es geht... Banjo ist dehnbar. Banjo ist dehnbar. Ein dehnbarer Bär, ist es denn jetzt? Ja. Er ist ja den Bär, weißt du? Ist hier irgendwas? Ein roter Schalter. Das verletzt mich so meinen Bitsignorierst. Benni, wir haben alle gelacht. Und jetzt konzentrieren wir uns wieder. Oh. Ich wünsche dir heftigen Struggle bei dem Minispiel hier. Heftigen Struggle. Ja, wünsche ich dir. Alles Schlechte. Danke. Oh, wir können den Aufzug öffnen. Hi. Und jetzt kommen wir mal von dem Aufzugsschacht hier hin. Genau, da könnte man jetzt auch nach überall hin klettern. Ja. Theoretisch. Das geht halt nach und nach, ne? Immer so ganz, ganz cool gemacht. Ganz am Ende kannst... Da können wir nichts machen, ne? Er muss ja von der Etage höher. Wir können hier noch nichts machen. Schrauben lösen. Schraube locker. Bei dir ja. Schrauben lockern, weißt du, verstehst du? Ja. Passt zu dir. Gut, dass du spielst, nicht ich. Ja. Ach ja. Das können wir auch gleich aufmachen. Ja, warum nicht? Alles aufmachen, was geht. Ich überlege gerade, ob in dem Raum noch was ist, aber ich glaube fast nicht. Nö, nur um ein bisschen Giftmüll, da oben durch die Rohre da. Und sonst nichts. Weißt du, was auch das geilste ist? Ich? Hier ist eine Übergangsblende, wenn man hier durchgeht und wenn man durch die zwei Räume da nach drüben geht, ist es keine Übergangsblende zum Bereich. Stimmt. Warum auch immer, wenn man es da laden muss und beim anderen nicht. Ja gut, vielleicht wird es einfach zu viel. Weiß ich nicht. Ach doch, wir brauchen ja die Trennplattformen. Für das draußen. Das machen wir noch schnell. Und dann ist der Bart auch schon wieder vorbei. Der Bart? Hast du ihn rasiert oder was? Der Mario ist dann schon wieder vorbei. Ich dachte, der Simpsons. Okay. Mario Simpsons? Nein, Bart Simpsons. Achso. Und ich habe eher auf das Mario. Ja, Mario Bart, ich weiß. Ich habe Bart Simpsons. Dö, dö, lass mich in Ruhe, 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 okay. Mit Bewegung, Steuerung, mit Bewegung, Steuerung, mit Bewegung, Steuerung. Genau, genau, genau. Okay, dann, ähm, ja. Im nächsten Part oder was? Nein, das machen wir noch. Das machen wir noch. Okay. Dann mach du das mal. Okay. Kann ja nur ich machen. Ja, das ist das Ding. Wäre manchmal cool, wenn man das abwechselnd machen könnte, aber schwierig. So, Fab, ich habe jetzt eine Wette an dich. Also, eine Forderung an dich. Eine Forderung? Der nächste Part, den du jetzt drehst danach, der muss über eine Stunde gehen. Sonst bist du doof. Aha, okay. Also ein Part über eine Stunde oder was? Ja. Ist das jetzt eine ernsthafte Forderung oder das ist ein Witz? Natürlich. Okay. Alles, was ich sage, ist ernst. Sag der, der mir noch vor... Du hast recht, jetzt war ich wieder am Rand gestanden und ist wieder nichts passiert. Also, ich kam mir zumindest früher so vor. Ja, es ist auch hier gerade schon wieder so gewesen. Hier. Ja? Kannst doch ganz normal herlaufen. Ja, kann ich noch ganz... Am Rand entlang kann ich ganz normal... Ich hätte die Ploppschuhe anziehen müssen. Ach nee, hier sind sie ja. Hier sind sie ja. Ja, aber cool, dass es echt so... Ja, also so geht. So einfach. Das, was so einfach geht? Ja, das... Ja, was... Am Rand laufen. Ja, genau. Das ist ein lustiger Trick eigentlich. Ich habe jetzt gedacht, du meinst, dass es so einfach geht, dass die Ploppschuhe hier draußen stehen. Ja, natürlich. Ja, voll einfach, lol. Lol, lol, lol. Easy peasy lemon squeal. Mehr ist hier, glaube ich, auch nicht. Ja. Ja, halt Ploppschuhe zu wieder runtergehen, aber... Ja, gut, okay. Hätt's jetzt auch nicht zwangsweise gebraucht, aber man kann sie benutzen. Nein, ich kann sie nicht mal benutzen, weil er sich nicht festhält an der Wand, der Idiot. Das ist doch unglaublich. Na gut. Hast du es gesehen? Das hätte ich ja eigentlich da hin müssen, aber... Ja, du musst halt genau in diese Spur rein. Ja, ich bin da genau hin, aber... Ja, ja, und dann... Vielleicht hätte ich hinspringen müssen, aber... Ja, springen wäre, glaube ich, besser gewesen, aber meistens läuft er doch noch hoch, also... Das ist ganz, ganz komisch gemacht mit den Ploppschuhen. Irgendwie... Ja, jetzt probiere ich das noch einmal, sonst muss da auch was anderes sein. Ne, das ist ein Schalter. Dann muss man die ganzen Kisten da kaputt machen. Das ist ein Schalter, ja. Okay, dann hoffe ich, euch hat der Pad gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe nicht. Daumen nach oben. Und schaltet... Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt... Ne, lass es. Let's play Banjo 2 auf 3DX. Auf bald. Und ciao. Auf Nimmerwiedersehen. 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 Bis zum nächsten Mal.